guten tag an alle leute draußen und heute kommt mein neues video und heute gibt es ich schaue ein weiteres youtube video teilen von meinem alten kanal diesmal nicht von diesem gleichen kanal wie beim letzten mal sondern ich habe einen noch einen alten kanal da bin ich aber ein bisschen älter nicht mehr sieben sondern zehn oder neun weil das video ist alle videos sind vor drei jahren ich würde sagen das gerne ein like und ein abo dafür mal weitere videos und ja wir müssen noch die challenge durchschaffen leute ich würde sagen wir fangen jetzt mit dem video mal an ich würde sagen wir gucken uns mal gucken niemals um 300 gruselige videos an mal sehen wie ich früher über 300 videos reagiert habe natürlich leute wie ihr auch gerade denkt sind diese 300 videos alle fähig also nicht irgendetwas denken das war auch nicht drei uhr nacht fangen wir jetzt an hey leute ich muss noch mal anhören hey leute ich muss noch mal anhören leute ich kann ja bestimmt also beckys beste freundin sie hat auch ein youtube kanal jetzt gelöscht also ich weiß nicht mehr aber sie hat früher immer gesagt hey leute ich muss wieder eure lan mein bruder macht sie danach denke ich mal mal gucken wir mal weiter also ich hab nur licht von dem laptop ich hab nur noch besser ja der ist schon besser sonst geht nicht aber ihr könnt es sehen und zwar heute heute ist das im hintergrund heute im hintergrund also früher war ich auch ein rebecoing fan immer noch das video ihr könnt mich nicht sehen nur diese backe gesichtbacke nenne ich mal und jetzt habe ich hier angst ich habe angst von diesem video also ich will sie jetzt im laptop ein paar gruselige videos sehen und mein liebes doch leute hier ist ein programm also nein ja ganz ganz früher in diesem kanal da habe ich keine videos geschnitten aber jetzt wo ich nach 10 war habe ich schon angefangen videos sehen da kann man auch unten die app namen sehen und zwar inshows wie das auch heißt da habe ich meine videos geschnitten die app benutze ich immer noch leute die app benutze ich immer noch leute das ist doch die frage oh mein gott das ist jetzt auch nicht oh mein gott oh mein gott ist ausgereiht mach doch mal ein oh mein gott ist das ein geist lady mary oh wot was sind sie hey norton ich will mir eure vorbache hehehe wot 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 Mein Wort zu YouTube, Herr Dominik Küstchen zu hören. Oha! Herr Dominik... Oh, ich hätte ja das noch Namen gesagt, aber man kann es ja eh im Video hören. Und ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die mit das helfen, aber... Herr Dominik Küstchen? Herr Dominik Küstchen, Herr Wagen? Also früher, also dass so viel... Nein, Herr Dominik, ich kenne keinen mehr, aber... Meine Grundschworte, in dieser Schule kenne ich keinen Lehrer, der so heißt... Woher kennt er mich? Also ich meine, wir gehen in die gleiche Schule, auch früher, aber ich kenne keinen Lehrer, der so heißt... Herr Dominik Küstchen, Herr Wagen? Derp! Derp! Ich kenne Herrn Dominik auch. Ich bin jetzt bei YouTube rein und da schreibe ich so... Gruselige... Das erlaube ich nicht... Oh, mein Gott... Oh, Scheiße... Leute, ich habe so Angst... Leute... Ich habe so Angst... Leute... Film doch noch näher... Nee, nee... Hättest du einfach genug? Scheiße... Das Passwort ist dick... Das Passwort ist dick... Das Passwort ist dick... Das Passwort ist dick... Warum geht mein WLAN weg? Hä? Hä? Hä, der Akku war schon mit 100%... Aber wir haben jetzt 2%... Zeit... Und wir haben jetzt... Oh mein Gott... Oh, Scheiße... Mein Vater hört mir auch im Hintergrund... Also Leute... Mein Vater hat auch anstelle Leute... Schaut doch schon... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich mache mir jetzt den Laptop los, weg von Youtube, einmal Dings, da kommen auf einmal Dinge, so raus, als wäre Momo hier, Spaß, als wäre Momo in Deutschland, da kommt so ein paar Videos raus, weißt du doch selbst nicht, also nicht alleine, Abdussalam, wo bist du? Ich habe Angst, Abdussalam, 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 Oh mein Gott, du bist eine Vampire-Szene, hast du jemand gesagt? Nein, ich muss es. Okay. Mhm. Er hat auch unter Sprache gesagt, dass ich Essen mache. Ja. Wofür? Ja, Leute. Hoffentlich, es wird besser. Besser. Warte, warum steht da 21.51 Uhr? Leute, es steht 21.72 Uhr, obwohl wir 3 Uhr nachts haben. Nein, in dem Fall war es wirklich 10 Uhr abends, nicht lügen. Warte, jetzt ist sie wieder aus dem Damm. Warte, schau los, der Kopf hier. Also, jetzt mach ich mal den Passwort mal falsch. Also, Leute, immer wenn ich auf Passwort klicke, ob das sonst irgendwas auf dem Handy mache, wie zum Beispiel etwas schreiben, dann spreche ich es auch automatisch so flüstern. Oder im Prank, WhatsApp Prank Video, da könnt ihr gerne nochmal anschauen. Ähm, als ich geschrieben habe, habe ich auch automatisch geredet, was ich geschrieben habe. Wie zum Beispiel, Hallo, wie geht's dir? Ich gehe heute ins Kino. Wenn ich das schreibe, dann rede ich auch automatisch. Und hier habe ich, als ich das Passwort eingeben habe, geflüstert. Also, wie das Passwort ist. Ich glaube, du öffnest die Schreibe. Okay, jetzt. Jetzt haben wir hier einen Topf. Okay. Wir haben ihn auch. Jetzt hier ist die Suche. Und mal sehen, was jetzt passiert. Also, füge ich jetzt mal meinen Urstin raus. Also, jetzt mit der Maus vor. Also. Was man nicht mal sehen? Ich wollte mal sehen. Aber ich schüge meinen Reis. Das ist mal bellend. Und jetzt schrib ich mir dann, ähm... Oh mein Gott. Ok Leute, das Video ist beendet, wo der Geist gesagt hat, hallo Leute. Also es geht immer weiter, falls ihr Bock habt, dass ich noch mehr davon anschaue und bei TikTok und bei Instagram anschaue, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, schreibt es gerne auch in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt und dann würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Video, ciao. Bis zum nächsten Mal.